Direkt nachdem ich abgespeichert habe. Ich habe noch einen schönen Tag, aber ich habe noch einen schönen Tag, aber ich habe noch einen schönen Tag. Ja. Ja. Hast du mich daran erinnert? Ah? Die声? Ah! Das ist ein gewöhnlicher Mann! Appli-chan, es ist sehr schön. Ah, gut. Das war es. Was war das für Sie? Aber was ist mit Hasukarino? Ja, ich bin mit Hasukarino. Ah, ich habe mich vorgegeben. Ich bin Sharnini. Ich bin sehr dankbar. Ich möchte Sie, dass Sie, was Sie zu helfen. Ich habe mich, dass Sie, die Kraltelra zu holen. Sie haben sich, dass Sie nach dem Weg gehen. Sie wissen, dass Sie sicher sind. Sie wissen, aber ich habe auch schon versucht. Aber ich bin Syriam. Ich habe keine Angst in diesem Krieg, aber ich habe keine Angst in diesem Krieg. Sharnini? Ich habe keine Angst. Sie will sich da nicht einmischen. Uppli meint aber, dass Shainini damit die Chance hätte, diesen ganzen Krieg zu beenden und diesen ganzen Hass und die Furcht in der Welt und ob sie uns nicht doch vielleicht helfen möchte. Was ich? Das ist der letzte Wach. Ich bitte, wie Sie? Was ich? Was ich? Konnert. Was ich? Was ich? Was ich? Ich weiß, dass es noch ein paar Worte gibt, aber es gibt noch ein paar Worte, aber es gibt noch ein paar Worte, aber es gibt noch ein paar Worte, weil es noch ein paar Worte verwendet ist. Nein, das kann ich nicht mehr nutzen. Es gibt nur noch einen Weg auf der Kizuno-Sanmecke. Ich werde jetzt die Welt verabschiedet werden, aber... Kannst du den Anruf bitte? Ja, ich werde den Anruf. Ich bin jetzt eine glückliche Verabschiedung. Seid ihr sicher! Sie wird dadurch zum Verräter an ihrem eigenen Volk. Aber sie hat Hoffnung damit, diesen ganzen Krieg zu beenden. Und sie hofft natürlich auch, dass wir sie beschützen. Natürlich machen wir das, klar. Entschuldigung. Nein, nein. Ja, bitte. Ich bin mir geholfen. Ich habe mich geholfen. Ich bin... Ich bin Leonis. Ich werde jetzt hier sein. Ich bin du gut. Ich bin... Du bist du... Ich habe mich auch gehört. Er ist eine kleine Ein Kazurren-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin. Ich bin auf dem Zeigstern. Das ist ein Gassen-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin... Ich dachte, ich dachte, ich dachte, das ist das, aber... Nein, das ist nicht so klein... Na, der Haskarim ist großartig, also... Ah, genau, Läonis-kun, ich habe ein paar Fragen, aber... Nein, was soll ich? Oh, ich bin da. Ich bin da, dass ich das nicht mehr überraschere. Ich bin da, dass ich mich nicht mehr überraschere. Ich bin da in der Hütte von der Hütte. 100 Kilometer mit uns reisen will, dann können wir einen kleinen Umweg machen, um ihren kleinen Gefallen zu erweisen. Natürlich. Dann, ich muss die Bereitschaft. Danke. Bitte kurz warten. Bitte kurz warten, bitte kurz warten. Ich habe es geschafft. Dann gehen wir mal. Ah, genau. Sie sind die Tetrallin, Tetrallin. Sie sind die Tetrallin. Sie sind die Tetrallin. Ja, ich habe nicht gesehen, aber ich habe von dir, die Appli-chan zu sprechen. Und auch von dir. Das ist ja, dass du diese Klinik auf dem Tag und 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 Tag. Ich werde es etwas verlires, aber es wird gut. Ja, ich werde es mit dir. Danke. Ich würde auch sagen, dass du mir leid. Nein, es ist ein Schmerz. Dann gehen wir mal. Wait, Schalini. Was hast du schon gesagt, Schalini? Was ist das, was Sie gesagt haben? Was ist das? Das ist ein Besuch. Ne? Entschuldigung? Ach du Scheiße. Sie hat einen Hahn dabei. Nein, das ist nicht so. Sie sind so, dass Sie sich auf Abenteuer zu gehen. Sie sind so, dass Sie sich auf Abenteuer zu gehen. Wenn Sie sich auf Abenteuer zu gehen, dann hat die Haare mit ihr. Oh, das ist ein Hahn, das ist ein Huhn. Ich habe mich geirrt. Das ist ein Hahn, oder? Wie, ist das ein Hahn? Ist das auch ein Hahn? Wie ist das, was Sie sagen? Natürlich, das ist das für Sie zu essen. Ich habe einen Hahn, oder? Ich habe einen Hahn. Ich habe einen Hahn. Oh, das stimmt. Ah, ich habe einen Hahn, oder? Wie sie denn drauf? Sie will den eventuell auch umbringen und aufessen? Seltsame Frau! W- 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 Ich bin ein paar Jahre alt. Ich werde mich jetzt mit dem Hügel aufrufen. Gehe! Gehe! Gut, ich werde nicht mehr machen. Ich kann mich nicht mehr machen. Ich werde mich nicht mehr machen. Ich werde mich nicht mehr machen. Was ist das für mich? Dann schau dich auf die Seite hin. Mach's gut, oder? Leo... Das ist ein bisschen anders. Wenn ich hier bin, dann fühle ich mich immer wieder an, was ich fühle mich. Ah, ich habe gesagt, dass ich mich überraschend bin. Ich bin sicher, dass ich mich nicht in Ordnung bin. Ich bin sicher, dass ich mich nicht in Ordnung bin. Ja. Bis zum nächsten Mal.